Um Sie bei der Präsentation des Rolls Motion in Ihrem Geschäft zu unterstützen, haben wir ein Display für Sie konzipiert. Hiermit kann der Rolls Motion an einer zentralen Stelle auf der Verkaufsfläche stehen. Um eine größtmögliche Aufmerksamkeit mit dem Display zu erreichen, platzieren Sie dort einen orangen Rolls Motion ohne Rollstuhlpaket. Der Rolls Motion ist ein stilvoller und ergonomischer Rollator, der einen sicheren und aufrechten Gang ermöglicht. Die vielfältigen innovativen Eigenschaften machen den Rolls Motion besonders stabil und sicher. Bei einer Demonstration des Rolls Motion werden alle speziellen Funktionen des Rollators in logischer Reihenfolge gezeigt. Je mehr Informationen Sie an den Kunden geben können, desto besser. Durch den Gang zwischen den Griffen ist eine aufrechte, sichere und komfortable Haltung möglich. Die Griffe sind höhenverstellbar, sodass der Rolls Motion für Personen mit einer Körpergröße von etwa 1,60 m bis 1,90 m geeignet ist. Bei der Höhenverstellung ist es wichtig darauf zu achten, dass die beiden Handgriffe auf der Höhe der Handgelenke sind. Somit ist ein aufrechter und sicherer Gang zwischen den Griffen möglich. Der Rolls Motion ist für die Verwendung außerhalb des Hauses besonders gut geeignet. Die großen Hinterräder sorgen für eine Abdämpfung genau dort, wo es am nötigsten ist, direkt unter dem Schwerpunkt. Die schaumgefüllten Reifen sorgen für eine natürliche Federung und ein bequemes Fahren auch auf unebenen Boden. Vorgelagerte Schwenkräder erlauben ein leichtes Lenken und jede Menge Beweglichkeit auch in den Räumen. Durch innovative Trommelbremsen ist ein einfaches, sicheres und kontrolliertes Bremsen möglich. Selbst auf nasser Straße bringen die Trommelbremsen eine höchstmögliche Bremsleistung. Da die Bremsen während des Laufens variabel eingesetzt werden können, werden auch zum Beispiel abfallende Straßen oder Ebenen zu keinem Problem. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Bremsen festzustellen und den Rolls Motion in den Parkzustand zu bringen. Mit der Schwellenhilfe des Rolls Motion können Schwellen- und Bordsteinkanten problemlos überwunden werden. Der Rolls Motion ist serienmäßig mit einer schwarzen Gepäcktasche unter dem Sitz ausgestattet. Die Tasche ist von der Rückseite aus erreichbar und für ein Höchstgewicht von 20 kg ausgelegt. Da sich der Rolls Motion mit einem Handgriff in ein kompaktes Paket falten lässt, kann er problemlos im Auto mitgenommen oder im Haus gelagert werden. Und natürlich lässt er sich auch genauso leicht wieder auseinanderfalten, wenn er benötigt wird. Wenn eine Pause unterwegs nötig ist, bietet das bequeme Sitzpolster eine Sitzmöglichkeit. Die Bremskabel des Rolls Motion sind gut versteckt, sodass sie nicht stören. Das Maximalgewicht für dieses TÜV-geprüfte Modell ist 125 kg. Der Rolls Motion ist in vier Farben verfügbar. Der Rolls Motion zeichnet sich durch sein stilvolles Design aus und verfügt über eine Reihe von innovativen Eigenschaften, damit sie ihren Weg fortsetzen können. Rolls bringt sie weiter.